Wir ziehen durch die Klinik Stethoskop in der Hand Die Schwestern haben gerade einen Notfall erkannt Gerade erst Examen erfahren hab ich nicht 24 Stunden und kein Ende in Sicht Eben noch geträumt von dir Ich wünsche mir du wärst jetzt hier Mein Oberster ist zu Haus und es geht kein Weg hier raus Atemnot in der Nacht Die Schicht geht noch bis früh umab Atemnot in der Nacht Bin durch den Wälder aufgewacht Atemnot in der Nacht Ein Herzinfarkt im Zimmer auf Atemnot, was kann das sein? Lass mich durch, ich muss da rein Überventilierte Indiakonose oder ist es nur ne Pneumonie? Vielleicht ist es ja auch von der Kurznarkose oder doch eine Lungenembolie Was ist hier in diesem Fall die beste Therapie? So nen Fall, den hatten wir im Studium noch nie Ohoho, 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 ohoho Auf, ohne, aus Atemnot in der Nacht Ein Herzinfarkt im Zimmer acht Atemnot, was kann das sein? Lass mich durch, ich muss da raus Überventilierte Inniakonose Oder ist es nur Epneumonie? Vielleicht ist es ja auch von der Kurznarkose Oder doch nur Lungenembolien Atemnot in der Nacht Hab ich besiegt, wer hätt's gedacht? Atemnot in der Nacht Die Schicht, die noch bis früher macht Atemnot in der Nacht Ein Herzinfarkt im Zimmer acht Atemnot, was kann das sein? Lass mich durch, ich muss da rein Überventilierte Inniakonose Oder ist es nur ne Epneumonie? Vielleicht ist es ja auch von der Kurznarkose Oder doch ne Lungenembolien Atemnot in der Nacht Atemnot 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 Atemnot